Hallo und Willkommen zum heutigen Gerlend mit dem Max und dem Stefan Hallo Hallo Was kann ich eigentlich zu der Meinung? Ich hab was Schönes gebaut, ne? Was hast du Schönes gebaut? Geh ich gar nix an! Weil ich hab unsere Landefläche mal ein bisschen ausgeleuchtet, ich seh die immer nicht Blind oder was? Ja Wollt gerade gleich was, äh, hier Dinge suchen, geh eine Zwiebel suchen Die Zwiebel Die Zwiebel, die Zwiebel ist Aber es war ja grad dunkel, deswegen... Oh, schön wie so eine scheiß Spinne aufm... Aufm Dach? Ne, am Fenster Ach, hallo Spinne! Ja, die hat mich... Hallo! Ja, die gehen auf den Sack, Mann! Die hat mich aber beobachtet Echt? Oh, Ende meh, Ende meh Geh ich mal bitte weg Ihr glaubt, der mag dich nicht Ja Ich glaub auch So, ähm, jetzt... Achso Oder gab's gerade Mana? Fuh, meiner Äh, 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 Mose Sie hab gehauen Weil wir gleich brutzeln sind Ich könnte es wetten, ich werde hier gebutzelt So, ähm, jetzt brauchen wir einmal... Badi hat du... Badi hat... Ist fändschön Badi hat... Oh, geil! Ich fändschön Eine schwule Lampe Ja, ich fändschön 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 So ist sie besser In Unwiller ist dann noch nicht so Ja, ich fändschön Bin froh, dass es nicht so... Warum denn nicht wäre voll cool? Naja... Weiß nicht so... So Aber kann man die grünen Sachen nicht bauen So Äh, ich hab das ganze Ding wieder ausgegeben Das ganze Obse, was ich jetzt gesammelt hab Badi? Ja, bitte? Ähm, geh mal hierher Ja, warte, ich muss erstmal unsere schöne Lampenwimmer hinstellen Oh, ich mach mal das am dümmsten hier hin Wie habe ich jetzt gebaut? Zwölf Hallo Bin gleich bei dir unten Bart Big machen So Bisschen niedrig zubilden Yellow Bink bing 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 Ich weiß noch nicht, wie du wir musst ich da rauskriegen, aber Herr Bally, stell dich mal drauf Ich hörst, du hält denackel? Höhew Bing 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 Man muss aber noch schön machen, ne? Was? Jaja, ich bin noch nicht fertig ja jetzt hängt er überall diese lilanen teile ran aber vom licht her sind die aber schon gut finde ich die sind schon schön ja deswegen sei ja man man ist einmal alleine zu hause weiß m du hast jetzt noch ich glaube die Lektion mit ihm so ein Teil aus dem Moment weil sie verletzt gesehen habe ich es gesehen da ist so da ist wie man die aus dem Lava aus dem Level den es da rauskriegt rauchst du da rein also jetzt so ein Gesind rausstellen oder wie naja das kriegst du das geht ja mit dem mit dem XP train frage ich nur wie kriegen wir das da raus also reingekriegt haben wir es schon mal wir werden gibt eine XP Schauer ja ja und XP Dusche XP Extractor und XP Bucket können aus einer Art Nubilisten herstellen wer ist eine XP Schauer ja ja dann speichert der das nämlich alles ab weißt du du hast schon wieder die falschen Dinger geschaut was hab ich geschaut wir reden ja wir reden doch von Flüssigkeit alter ach die Flüssigkeit okay Alter ich habe es noch falsch ne ne da hab ich gerade das verkennt ja das kannst du Stefan hat nur Ahnung was einige YouTuber bauen ja nix kann wir kriegen so was auch es gibt ein XP Baudelaar ich glaube XP Baudelaar XP Schauer ja ja kann man das machen ich denke mir mal das ist der XP Baudelaar den wir brauchen kann man eine XP Schauer machen willst du XP Schauer lieber hab ich doch schon achso ähm warte gehen wir mit oh schicke Lampen hätte ich ja eingebaut mal ja die 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 Dusche ja oh 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 Geh weg, ich will auch! Geh weg, ich will auch! Geh mal weg, hättest du ihn auf! Du kannst ja dich wegschlagen, Alter! Du kannst über XP klauen! Oh, ich war mit der Schauer an XP geklaut! Geh mal her, geh mal her! Waren, Fetter, der XP war eine, war eine, mir! Der XP war eine, mir! Das gesagt, wir dürfen uns alles nehmen, was ich brauche! Hallo, was machst du da? Das ist so scheiße! Oh! Kann man die nicht ausschalten, Mann! Geh weg! Weißt du, man singt es vielleicht? Geh weg! Geh weg! ein in den Arzt und auch sieben und du 7 mit den Bedingungen die Bedingungen so ok gut bei der Orsten in der Nähe ich werde immer noch mit ihm zu ähm und ich so aus den Zwiebeln müssen dürfen um du wolltest jetzt quasi dieses bei dem Wohler finden ist gibt man einmal wasser drüber und bringen oder merke wo es ist nicht und sieben und marken die uns kommen wird es bei der er wird es Prozent wo war man jetzt okay ich bin du hast du schon geboten Prozent jetzt haben wir jetzt haben wir wiederkehren ob sie richtig erb der Pulverest Obsidian kann man das kann kann man daraus wieder normales machen bestimmt bestimmt ob sie hier nur dort will ich nicht das ist Christen memory Christen nach Sopsel war in Loh das nur wieder mal zuvor steppern in seiner Zeit doch auch auch der Garten der Ecke ja das Thema aber wird das wegnehmen und das wegnehmen ich auch nur gut ist ja nicht mehr hin muss also für Niederquartz alles andere kann ich selber erstellen neben mir die Zwiebel geht auch nicht das Dienste kommt nur Paprika und so raus nicht weiter So, ich habe einen Weg gefunden. Ob sie... So, renn damit. Rein theoretisch. Das Problem ist halt, so viel Gelorium gibt es hier gar nicht, wie man dazu gebrauchen könnte. Was? Jetzt sind wir ja der Laser Drill ja gedacht. Hier kommen Bären. Ich sehe da gerade... Da kommt Obst raus. Obst. 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 Oh, es sieht irgendwie so dunkel aus. So, aber genau links neben dem Wasser. Genau links neben dem Wasser ist Lava. Und auch gar nicht noch so tief, also kann man nicht drüber springen, das scheiße. Obst du überspringen? Links neben dem Wasser. Links neben dem Wasser. So. Ah. Irgendwo hier ist Lava. Ich habe es gesehen. Nürburgring. Nürnberg. Nürnberg. Ich habe auch noch eine die wo wir jetzt mal gegen den Kampf haben und ohne ohne Euro Peter und ohne ohne diese Typen dann sind die da noch nicht es wird dunkel zitteln so und von Herrn hier ist ein Ziel ich höre es blubbern aber ich weiß nicht wo wo ist es ich will die Lava gleich fällst du rein wo blubbern das Mann holen schon unter mir oder wo da ist es ja hab ich doch mal komplett drunter ne hab ich grad gemacht bist du gegen Lava gefallen? ne ich hab einen Jetpack ne 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 boah sogar richtig viel oh ah ein Spinnerreiter da haben wir es ja ich die tun doch nix ich weiß eigentlich nur auf der Suche nach vom Blick gibt es aber diese einen Creeper nicht mehr ne ne das sagt in diesem Modpack natürlich hier ähm die die sich äh jemanden telefonieren kann die sind lustig ach ein Andermann wie geht diese Endercreeper meinst du? ja ja die sind ätzend die sind lustig da stell ich mich sogar freiwillig rein ich hab einen Andermann getötet hast du den Kopf getroppt? Topf Kopf und eine Enderperle nur eine Enderperle gut weil es dann das coole mit dem ne weil mit unserer Rüstung äh mit unserem Schwert was wir haben troppen wir ja fast immer eine Enderperle und ab und zu auch mal einen Kopf du musst jetzt grad nachts sein ich stört sie ich bleibe hier so ein bisschen rüber und so pflanzen mir ist eigentlich auch egal weil ich bin eh unter äh unter Tage ah das sind neue Pflanzen fähig ich hier raus mhm Korn ah da war ein Creeper Korn da können wir Popcorn machen ja was du hast denn Popcorn? ach schäm dich doch komm mal da war ein Creeper erst mal ne Walnut ja erst mal ne Walnut und und ui Glück gehabt jetzt immer was ist rein was ist ein Into Fire und guck doch nö ich kann grad nicht absetzen ich ich fahr mir grad Obsidian oh ach wir setzen mal ab hi hi oh der Meter unterwegs jo der Rocky ja wir müssen auch in neder buddy ne ne ich suche nur ne Zwiebel ich suche ne Zwiebel ich suche ne Zwiebel ich suche ne Zwiebel ui kein Creeper geht mit den Zwiebeln aufzuexplodieren hehehe ja vielleicht hat er die Zwiebeln gegessen und hat er explodiert au ha er beschossen er hat innerlich zerrissen oh hier ist ein Haus aber ein Ding ne Zwiebeln hm ich hab keine Zwiebeln ich hab keine Zwiebeln du brauchst du denn na nicht dich der andere Leute nein ach los los so ah was ist das ok das betan will ich nicht guck mal mal schauen ähm dass du mein Tungstenohr brauchst äh was Tungstenohr äh ich keine Ahnung ich hab nur nichts gefunden für was ichs gebrauchen könnte Opsi Coldust aber davon hat letztes auch was Iron auch was gefunden Opsi Coldust Iron Iron dann brauchen wir Opsi 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 und Coal Dust haben wir da noch ne aber Kohle haben wir so hm was machst du Buddy Silbe suchen immer noch ja ach so siehste ich muss endlich mal ein Slaughterhouse bauen hm wie hast du noch nicht gewacht ne hab ich denn hier gar nicht ich züchte erstmal Bambo Schuh was haben wir noch nicht das immer weil ich immer alles gleichzeitig machen will hä wenn wir das schon einmal macht dann kommen wir uns doch gleich mit ne hier gibt es kein Slaughterhouse klar wo denn Mindfactory ich f*** nur wieder nach Hause das heißt ja nicht Slaughterhouse oder ja hä äh ach da Loll Schloss 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 bis der wieder mal blind aufweist wiii bald einfach zu bauen äh ja ah oh ab nach Hause weiter wieder nach Hause kommt Buddy er hat dann Wegpunkt achso so äh einmal zweimal bing m also schön wenn man alles im ME hat da ist es so schnell gebautes Zeug in der Tat äh oh wir haben keine Zinnplatten hallo hallo das ist aber sehr schlecht äh haben wir haben wir auch keinen mehr Mensch ja eigentlich der Ofen welcher Ofen der Ofen ist alles unten na ach so wie hier der ach so ach so der Ofen hihihi so jo da würde ich mal sagen wenn es euch gefallen hat dann schaut doch morgen wieder ein bisschen wieder hast ivos und da würde ich sagen bis dahin Tchüüüüüüüüüü Bis zum nächsten Mal.